Also der Mensch kommt doch mit einem Charakter auf die Welt. Der ist doch nicht wie Soziologie, wie man unbeschrieben und jetzt erziehen wir ihn. Und dann wird er so langsam eine Persönlichkeit. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, kommt mit einer kompletten Persönlichkeit auf die Welt. Und wenn man mal genau hinschaut bei den Frischgeborenen, die sehen manchmal uralt aus. Besonders am Anfang. Das sage ich ja. Der war ja vor kurzem noch 84. Ist ja kein Wunder. Sie könnten ein völlig anderes Schulsystem haben. Völlig anders. Wenn wir mit den Kindern darüber reden würden, wären sie vorher wahrn, was sie gekonnt haben, welche Dinge sie machen. Also ich möchte vorab sagen, ich möchte mich bei Sandra Schill und Oliver Schill ganz herzlich bedanken mit ihrem ganzen Team, dass sie das geschafft haben, dass wir hier zusammensitzen können. Das finde ich so toll. Das ist wirklich nicht einfach. Und es ist ein großes Risiko, sowas zu machen. Weil wir sind hier nicht Mainstream, wie wir schon gemerkt haben. Also, dass wir sind von einem anderen Denken umgeben. Und deswegen finde ich das äußerst mutig, uns hier zusammenzubringen. Danke. Und da sind wir ja auch schon mitten im Thema, denn die Reinkarnation ist ja hier bei uns im westlichen Kulturkreis auch kein Mainstream. Genau wie auch Spontanheilung, also aus dem Dachfenster fallen und dann auf eigenen Querschnitts gelähmt sein, auf eigenen Beinen wieder rauslatschen. Oder todkranke Leute, um die Welt zu Schamanen schiffen und die dann gesund wieder nach Hause bringen und so. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, so aus der Reihe zu tanzen, Herr Kubi? Gute Frage. Ich glaube, das war bei der Geburt schon so. Ja, ja. Nein, da fühle ich mich auch sehr privilegiert. Muss ich wirklich dankbar sagen, dass ich mein ganzes Leben lang nur für Bewusstseinserweiterung arbeiten durfte. Eigentlich noch nie gearbeitet habe. Weil das ist für mich keine Arbeit. Das ist ein Herzenswunsch. Und auch dieses, dass ich da querschnittsgelähmt war und jetzt hier so, dass ich das weitergeben kann, das ist doch unglaublich. Ja, ich finde das wirklich unglaublich und ich möchte Ihnen auch wirklich auch nochmal sagen, ich habe einen riesengroßen Respekt davor und große Bewunderung dafür, wie Sie das tatsächlich geschafft haben, auch durch Ihre Filme, den Leuten das zu zeigen, dass es da eben mehr gibt als dieses materielle Weltbild, in dem wir hier groß werden. Also vielen Dank dafür an meiner Stelle. Danke auch. Danke schön. Sie haben einen Film gemacht, das ist schon eine Weile her, der heißt Living Buddha. Da kann man sehen, wie die Wiedergeburt einer indischen, nein, einer buddhistischen Gottheit, so muss man es eigentlich sagen. Das würde er von sich weisen, Gottheit, es ist Kamapa, seine Heiligkeit Kamapa, er steht in der buddhistischen Hierarchie etwas über dem Dalai Lama, weil er diesen Reinkarnationsprozess 250 Jahre schon länger macht und heute zum 17. Mal bewusst, das ist ja ein Unterschied, wir inkarnieren alle, da ist keiner ausgenommen, aber dieses bewusste Inkarnieren und dann auch noch wie Kamapa im Voraus, also im Vorleben aufzuschreiben, wo werde ich geboren, wann werde ich geboren, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater, an welchem Ort. Also wenn man das alles schon vorher im Kopf hat und sogar schriftlich hinterlassen kann, dann ist das schon eine sehr bewusste Wiedergeburt. Die meisten inkarnieren ja unbewusst wieder und Dalai Lama hat es auch nicht so Buddhist so bewusst hingekriegt, aber er wurde halt dann identifiziert, aber er hat ja auch jetzt gesagt, er will das nicht nochmal. Also er will nicht nochmal diesen Job machen, als Dalai Lama in ein ganzes Leben zu führen. Ich habe ihn dann gefragt, was machen Sie denn dann? Ich meine, jetzt waren Sie 14 Mal in dem Job und was ist das Nächste? Und da sagte er, als Frau, das ist bestimmt eine gute Idee, wenn man 14 Mal als Mann gekommen ist, mal jetzt als Frau zu kommen. Und dann fragte ich ihn noch, ja und als was für eine Frau? Und da sagte er, als schöne Frau. Sagte ich, ja, kann ich nachvollziehen. Und dann hatte ich noch eine Frage für ihn, sag ich, und was stellen Sie sich darunter oder wen stellen Sie sich darunter vor? Da sagte er, so wie Merlin Monroe. Also hier hat es dann die Sprache verschlagen und ich dachte, oh, hoffentlich weiß er, dass die Selbstwort gemacht hat. Aber er meinte das von der Form her und da muss man ja zugeben. So, also Sie waren viel in diesem Kulturkreis unterwegs, in Tibet, Indien und sowas. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, gibt es das auch bei uns? Reinkarnation werden wir auch wiedergeboren, hier in Würzburg. Ja, wie gesagt, dem kommt keiner aus. Weil schauen wir uns doch mal uns selber an. Es gibt ja einige hier, die schon ein Baby mal in der Hand hatten. Das ist doch nicht einfach ein Fleischklops. Das ist doch eine volle Persönlichkeit. Also der Mensch kommt doch mit einem Charakter auf die Welt. Der ist doch nicht wie Soziologie, wie man unbeschrieben und jetzt erziehen wir ihn. Und dann wird das so langsam eine Persönlichkeit. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, kommt mit einer kompletten Persönlichkeit auf die Welt. Und wenn man mal genau hinschaut, bei den Frischgeborenen, die sehen manchmal uralt aus. Besonders am Anfang. Das sage ich ja. Der war ja vor kurzem noch 84. Ist ja kein Wunder. Also die Kontinuität, die müssen wir uns bewusst machen. Aber wir leben in einer so materialistischen Epoche, wir alle, also der Planet gerade, dass wir Leben immer nur als Materie definieren. Also im besten Fall sagt man, mein Leben begann mit Erzeugung. Früher hat man gesagt mit der Geburt, aber jetzt ist man schon ein bisschen weiter. Mit Erzeugung und endet mit dem Tod. Das ist die rein materialistische Betrachtung unseres Lebens. Und wie ist es für Sie persönlich? Ich bin ein geistig-selisches Wesen und jeder, der hier sitzt, auch. Weil wir wissen doch, dass wir nicht nur aus Fleisch und Knochen bestehen. Jeder weiß doch, der Geist ist doch das Leben. Ich könnte ja nicht mal ohne Geist meinen Arm heben. Der würde hier unten baumeln und nichts würde passieren. Also ich muss alles, was in mir vorgeht, mental, geistig initiieren. Viele Prozesse haben wir automatisiert. Das Herz schlägt jetzt ohne, dass ich das ständig anschubsen muss. Der Blutkreislauf läuft und so weiter. Vieles ist automatisiert, aber vieles auch nicht. Was bringt es mir denn zu wissen, was ich früher mal gewesen bin? Ich meine, wenn ich jetzt raus will, ich mache jetzt eine Reinkarnationsrückführung oder ich erinnere mich dran und dann stelle ich fest, ich war der, der die Kohle in die Maschine geschaufelt hat auf der Titanic. Meinen Sie, dass mir das in dem Leben jetzt irgendwie was bringt, das zu wissen? Und wie? Also, weil wir hatten ja alle im letzten Leben schon mal was getan. Also jeder hatte ja schon mal Fähigkeiten, mehr oder weniger. Und wenn ich aber diesen Vorhang des Vergessens vorziehe, dann muss ich das wieder neu lernen. Dann fange ich wieder von vorne an, obwohl ich es schon mal konnte. Und das war sehr schön, zum Beispiel bei meiner Tochter, bei meiner großen Tochter. Die sind beide schon groß, aber... Die größere, wahrscheinlich. Ja, da war es ja schon so. Damals war ich ja schon mit dem Gedanken der Reinkarnation stark befasst. Und wir hatten auch schon ein Kind und haben dann gedacht, ja, ein zweites wäre doch gar nicht schlecht. Also damit der nicht alleine aufgezogen wird und so. Und dann fragte ich meine Frau, wen willst du denn? Also, wen wollen wir denn haben? Und, äh... Tja, wen wollen wir denn? Nehmen wir jeden? Ne, wir nehmen nicht jeden. Und dann war damals, war gerade John Lennon gestorben. Und wir liebten beide seine Musik und haben gedacht, John Lennon, du, das wär's. Der sollte bei uns inkarnieren. Und, äh, das wär also wirklich ein Gewinn. Und dann lag ich da nachts im Bett und dachte, der kennt uns gar nicht. Der, und wir kennen ihn auch nur vom Cover her. Und wie wollen Sie das sicherstellen? Also hab ich gedacht, das wird nichts. Hab meiner Frau gesagt, du, ich glaube, das war keine gute Idee gestern. Ähm, wir sollten da nochmal reingehen und wirklich gucken, wen wollen wir haben. Und dann meinte sie irgendwie, du, weißt du was, denk, was du willst, ich krieg die Kinder. Und damit war das Thema eigentlich durch. Aber bei mir nicht. Und dann hab ich mir immer überlegt, wen würde ich mir denn gerne einladen? Und da fiel mir meine Oma ein. Also väterlicherseits. Weil mit der bin ich aufgewachsen und dachte, das war eine tolle Frau. Und hab dann angefangen, so, man könnte das Beten nennen oder meditieren oder, also ich hab mit der Oma geredet. Hab gesagt, Oma, wenn du noch niemanden hast, äh, dann komm bitte zu uns. Haben Sie das, darf ich fragen, haben Sie das vor der Zeugung gemacht? Ja, ja. Oder während der Zeugung? Muss man nochmal fragen, oder? Ja. Das war nämlich umgekehrt. Nach der Zeugung. Ich bin dann hergegangen, hab in der Fotokiste ein Foto gesucht, hab das meiner Frau gezeigt, hab gesagt, wie wär's mit ihr? Und dann hat sie gesagt, die alte Frau? Nein, 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 in neu, also mit neuer Form. Als neuer Mensch war sie also wieder irgendwie, sie ist katholischer als auch immer, hat gesagt, nee, also war kein gutes Thema. Aber, und jetzt komm ich zu Ihnen, nach 14 Tagen war sie schwanger. Also jetzt nicht nur vom Beten, aber... Da war dann etwas Materielles schon noch mit im Spiel, nehme ich an. Und dann wird's spannend. Dann wird's richtig spannend. Das ist genauso wie in dem Film, den Herr Fleischer gerade erwähnt hat, Looking for a Sign. Den hab ich gedreht mit einem guten Freund, mit dem ich mich lange über Reinkarnation unterhalten hab, der auch dafür verantwortlich war, dass man nach der vorgegebenen Adresse den Kamappa wiederfindet. Und dem hatte ich mich ja damals für Living Buddha angeschlossen, damit wir das alles dokumentieren können. Und wir reden noch am Abend, das war sehr spät. Das Interview dauerte irgendwie bis 11 Uhr und ein paar Stunden später war der Tod. Mit 190 Stundenkilometer an den Baum gefahren. Und da wurde natürlich Reinkarnation jetzt richtig persönlich. Weil wenn man so einen Freund verliert, mit dem man gerade noch so geredet hat, und vor allen Dingen über dieses Thema, dann hab ich gedacht, jetzt wird's ernst. Reden wir mal über diesen Film, er heißt Looking for a Sign. Ich schaue nach einem Zeichen oder ausschaue nach einem Zeichen. Ja, weil uns das allen so geht. Wir wollen immer Beweise. Wir wollen immer wissen, Looking for a Sign. Wir brauchen ein Zeichen, damit wir wissen, wir spinnen nicht. Ich brauchte ein Zeichen, dass die Oma wirklich jetzt meine Tochter ist. Was meinst du? Da könnte ich ein Buch drüber schreiben, wie viele Zeichen ich dafür bekommen hab, die man dann selber sogar als Beweis abspeichern kann. Also ist auch wirklich so, ihre Tochter ist eigentlich ihre Oma. Ja. Und sie hat dieselben Fähigkeiten. Wobei, man kriegt den Menschen dann immer nur im Gesamtpaket. Das heißt, man kriegt auch die Schattenseiten. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, also das würde sie mir jetzt verzeihen, sie hat dieselben Nacken wie die Oma. Ja. Also man kriegt das ganz. Aber, zum Beispiel ist sie nach Frankreich gegangen und ich dachte, was macht denn die da? Jetzt ist sie weg. Aber dann fiel mir ein, ja, die Oma wollte immer nach Frankreich. Das Erste, was sie getan hat, nachdem sie hier in Deutschland mit der Schule fertig war, ab nach Frankreich. Und da sagte ich zu ihr, Cosima, du kannst perfekt Französisch. Du musst das nicht lernen. Drei Monate später sprach sie, nur weil die Tür geöffnet wurde, dass das Bewusstsein wieder die alten Fähigkeiten aktivieren konnte und sie konnte es. Wir konnten ein völlig anderes Schulsystem haben. Völlig anders. Wenn wir mit den Kindern darüber reden würden, werden sie vorher warnen, was sie gekonnt haben, welche Dinge sie machen. Das klingt abgefahren, aber man muss, ist ja so, aber man muss auch sagen, es gibt ja auch universitäre Studien, die dazu durchgeführt worden sind, zur Reinkarnation. Da gab es mal so einen Professor, Ian Stevenson, der Reinkarnation erforscht hat von der University of Virginia in den USA und dessen Forschungen wurden dann fortgeführt von Jim Tucker und die haben da ganz erstaunliche Sachen dokumentiert. Wir brauchen da keine Wissenschaft dafür. Wir können das alles selber machen. Morgen zum Beispiel mache ich hier einen Workshop. Da kann jeder herkommen, das ist keine Hexerei, sich klar machen, wer war ich meinem Vorleben. Da brauche ich auch keine Rückführung dafür. Weil wenn ich einen Rückführer habe, dann bin ich mir nicht sicher, bin ich manipuliert worden oder nicht. Wenn man das selbst bei sich entdeckt, ja, da ist das völlig klar. Man hat dann ein ganz klares Gefühl, da war meine Beziehung und das war ich und so weiter. Und dadurch kommt man in ein nicht-materialistisches Bewusstsein, weil es hat sich ja nicht der Körper fortgesetzt, sondern meine Seele oder Geist, nenn es wie du willst, oder mein höheres Selbst, egal welcher Ausdruck. Aber wenn ich merke, ich bin ein geistig-seelisches Wesen, dann hat der Tod seinen Schrecken verloren. Wenn Sie sagen, meine Oma ist wiedergeboren in Form meiner Tochter und wenn das in der Reinkarnation so läuft, dass man quasi sein, der Körper wird recycelt, die Seele springt in einen anderen Körper rein. Nein, nein, nein. Nicht die springt. Die springt nicht. Sie schleicht. Die erschafft sich den Körper. Der Körper ist der Ausdruck meines Bewusstseins. Das ist auch jetzt. Schauen wir uns mal an. Ja, das ist bei jedem so. Wir haben die Psychosomatik, die sagt, der Körper, oder wie sagt es, 30 Prozent der körperlichen Symptome, wir hätten geistige Ursache. Sagt die Psychosomatik. Das ist wahrscheinlich 100 Prozent. Nicht 99 Prozent, 100. Und deswegen funktioniert ja geistiges Heilen, was wir jede Woche machen. Dass wir, ich finde das großartig, wenn man zum Beispiel in der Dunkelfeldanalyse, wie wir gerade belehrt worden sind, dass alles sieht, was der Körper sozusagen da mitmacht. Aber das hat ja eine Ursache. Und die Ursache ist doch immer ein geistiger Impuls. Das kann gar nichts anderes sein. Weil es gibt im Universum dieses Gesetz von Ursache und Wirkung. und das gilt für jeden Menschen. Da kann man nicht sagen, ja, aber mein Krebs, der hat keine Ursache. Oder mein irgendwas. Das wäre zu sagen, weiß ich, dieser Stuhl oder diese Halle hätte keine Ursache. Und da braucht man auch nicht die Antwort geben, ja, die Ursache von dem Stuhl hier wäre die Fabrik. Die Fabrik wusste bereits, dass sie diesen Stuhl produzieren wird. Das heißt, die Ursache von allem, was sich materialisiert, ob das jetzt ein Tumor ist, ein Schnupfen ist oder ein Stuhl oder die Halle, alles, was sich materialisiert, braucht einen geistigen Impuls, eine Idee. Und ich mache in meinen Seminaren oder am Telefon oder wo immer das passiert, nichts anderes, als dass ich dir bewusst mache, was war die Idee für dieses körperliche Symptom. Und dass man das dann auch sieht, finde ich wunderbar. Also eine gute Diagnose ist hervorragend. Aber ich muss an die Ursache, weil wenn ich nicht an die Ursache komme, kann ich nur behandeln. Wenn ich an die Ursache komme, kann ich heilen. Weil dann kann ich die Ursache verändern. Und das ist der große Gewinn, wenn wir den Bewusstseinssprung machen von dem biochemischen Menschenbild zu dem geistig-seelischen Menschenbild. Sagt der Mann, der dem eine Spontanheilung, eine sogenannte Spontanheilung bescheinigt worden ist, meine Damen und Herren. Und Sie haben auch einen anderen schönen Satz gesagt im Vorbereitungsgespräch. Sie haben gesagt, und dieser Satz ist eigentlich wie so das rote Tuch für die Schulmedizin, ja. Lassen Sie sich den auf der Zunge zu gehen. Sie haben gesagt, tja, wenn man sich halt nicht als geistig-seelisches Wesen betrachtet, sind die Heilungsmöglichkeiten eben deutlich eingeschränkt. Bewusstseinsentwicklung ist doch ein ganz normaler Vorgang. Momentan macht die ganze Menschheit einen riesigen Bewusstseinssprung durch. Vor noch nicht mal 30 Jahren, da hat man so ein Telefon gebraucht mit einem Hörer oder Knöpfe und Warnscheibe, da musste man ein Kabel durch den Atlantik ziehen, damit man mit den Leuten da drüben telefonieren kann. Vor 30 Jahren sagt einer, nee, du brauchst nur noch so ein schwarzes Kästchen und das geht durch die Luft und dann siehst du sogar, mit wem du telefonierst und das Ganze gibt es umsonst. Nennt sich dann vielleicht Skype oder so. Also jetzt keine Werbung, aber da hätte man doch gesagt, du spinnst. Und möchtest du wirklich verantwortlich sein, dass die ganzen Arbeitsplätze im Fernmeldeamt, bei der Telekom, alle abgeschafft werden, nur weil du glaubst, das geht jetzt dann in Zukunft durch die Luft? Sag ich, ja, die werden sich entwickeln. Und das ist nur deshalb, weil wir nicht mehr die Kommunikation analog betrachten, sondern digital. An der Wirklichkeit hat sich nichts geändert. Wir haben nur einen anderen Blick. und wir haben enorm neue Möglichkeiten. Ihr filmt hier, ihr zeigt das in Welt im Wandel TV. Alles das geht ohne digitale Betrachtung nicht. Mit der analogen, ja, da haben wir so unsere Schwierigkeiten gehabt, aber die analoge Betrachtung des Lebens war sehr begrenzt. Die digitale, da sind wir gerade am Anfang. Und das ist genauso, wenn man sein Menschenbild ändert und nicht mehr sich als mechanisches oder biochemisches Wesen mit so einem Arzneimittelschrank betrachtet, sondern als geistig-seelisches hat man unglaublich viel mehr Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Und da kommt jetzt die Reinkarnation wieder ins Spiel. Ich hatte vorhin den Professor Stevenson erwähnt. Der hat diese Untersuchungen gemacht, dass Leute, die ihre Hand in der Erntemaschine verloren haben und daran dann verblutet sind, dass die dann im nächsten Leben wiedergeboren worden sind ohne Hand. Also mit solchen Missbildungen, woran man dokumentieren kann. Und die konnten sich dann auch an diese Umstände erinnern und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt so eine Missbildung nicht habe, wo kann mir dann die Reinkarnation helfen, heil zu werden? Das geht schon damit los, dass ich Verantwortung dafür übernehmen muss, warum ich dieses Leben überhaupt gewählt habe. Weil es kann ja kein Zufall sein, dass genau das meine Mutter und das mein Vater und das mein Onkel und so weiter und die Geschwister sind. Also der Biologe, oder ich habe mal mit einem Förster gesprochen, der hat gesagt, das Verhältnis zwischen Inkarnationsversuch und geglückter Inkarnation ist eins zu einer Milliarde. Neun Nullen. Die Natur ist so verschwenderisch, es fällt so viel Samen auf den Boden von einem Baum. Und er sagt, nur ein einziger Samen schafft es von einem ausgewachsenen großen Baum wieder ein ausgewachsener großer Baum zu werden. Manche werden nur so hoch, dann verkümmern sie wieder, gehen ein, manche gehen überhaupt nicht auf. Und das ist bei uns Menschen genauso. Es ist eine solche Fülle an Reinkarnationsmöglichkeiten da, aber es ist so selten, dass sie wirklich funktioniert. Also alle, die hier sitzen, sind eigentlich Sieger. Also die haben es alle geschafft. Und wir beide auch. Und jetzt muss ich mir überlegen, damit das funktioniert hat und ich nicht an Zufall glaube, weil wenn ich an Zufall glauben würde, da wäre was los. weiß ich, da würde plötzlich mal der Mond von der Bahn abkommen und in die Erde reinrumpeln und sagen, oh, reiner Zufall. War nur aus Versehen. Der Mars würde die Venus kicken und so weiter. Da wäre ein absolutes Chaos. Wenn man da hineinschaut in den Kosmos, das ist das Perfekteste, was wir uns überhaupt denken können. Also Sie sehen die Reinkarnation natürlich als einen Ausdruck der universellen, schöpferischen Ordnung. Bedarf einer Absicht. Und das ist auch, wenn wir uns überlegen wollen, wer wir im nächsten Leben werden wollen, ist es genau ein selbe energetisches Problem. Ich muss eine Absicht setzen. Weil es gibt nicht nur dieses Gesetz von Ursache und Wirkung, es gibt auch das zweite kosmische Gesetz, das heißt, die Energie folgt der Absicht. Also erst, die meisten Leute verstehen das Gesetz umgekehrt. Die glauben, erst brauche ich Energie und dann kommt die Absicht. Nein, mit deiner Absicht entsteht die Energie. Das weiß aber jeder. Du musst doch erst mal eine Absicht setzen, wenn du in Urlaub fahren willst. Und dann kommt die Energie, die Tickets zu besorgen und so weiter und so weiter und irgendwann zu packen und loszufahren. Genauso, wenn man sein nächstes Leben planen will, muss man eine Absicht setzen. Und das kann man lernen. Das kann man lernen, wie wenn ich einen Beruf ergreifen will, muss ich eine Absicht setzen. Wenn ich jemanden heiraten will, muss ich eine Absicht setzen. Und da kommen wir jetzt auch mal wieder zur Reinkarnation. Ich möchte Sie da wieder ein bisschen einfangen, zurück zur Reinkarnation. Das war gerade darüber. Denn im Buddhismus haben die Leute ja, also der Karmapa setzt ja am Ende seines Lebens diese Absicht, wo er geboren werden will und hat das auch ziemlich deutlich aufgeschrieben. wie das Haus, können Sie mir das mal erzählen, wie war das in Ihrem Film? Das macht er schon, hat er schon 16 Mal gemacht. Ich habe die Briefe alle gesehen. Was steht da drin? Adresse. Und Datum. Und das ließ sich dann auch so verifizieren, ja? Ja, und dann geht man hin und fragt sich, stimmt's? Mhm. Und das ist natürlich deswegen looking for a sign. Und das ist natürlich jedes Mal die Herausforderung. Ist sie jetzt wirklich die Oma? Also ich war bei der Geburt dabei und dann habe ich die in der Hand. Oma. Das ist schon heftig. Ihre Oma spielt aber nicht mit in dem Film. Dann hört man die Menschen und merkt, ja, das ist schon mal gleich, das ist schon mal gleich und so weiter. Weil ich, dann gehen Sie, die brauchen da keinen Beweis. Ich gehe mit meiner Tochter, da war die, glaube ich, noch nicht mal vier, in München auf der Sonnenstraße und gehen wir an dem Musikladen vorbei. Aber es ist ganz schlechtes Wetter und sie bleibt vor dem Schaufenster stehen. Ich sage, muss ich mal kommen. Wir müssen nach Hause kommen. Ich drehe mich um, ich hole sie da ab. Nein, sie will da auch in den Eingang rein. Ich sage, Kind, wir haben keine Zeit. Nein, also ich muss mich ihr fügen. Wir gehen da rein. Ich sage, also sie stand, das muss ich zuerst sagen, sie stand vor dem Schaufenster mit einem Klavier. Ich sage, ja, ein Klavier, komm mit. Wir hatten kein Klavier. Dann gehe ich zu dem Verkäufer und sage, haben Sie für so Kinder Klavier? Sagt er, ja, da haben wir hier so eine Tastatur, elektronisch. Ich probiere die aus. Dann sagt er, da könnt ihr mir noch was anderes zeigen. Probiere ich aus. Denke ich, ach ja, das wäre es, wo ist die Cosima? Die ist weg. Ein Riesenladen. Wir beide, sonst waren keine Kunden im Laden. Wir beide gehen die Suche und sitzen im Schaufenster am Klavier. Sage ich, Cosima, das geht überhaupt nicht. Komm hier raus. Und dann sagt er, da sagt er, aber Ihre Tochter, die spielt doch schon Klavier. Sag ich, nein, die spielt nicht. Sagt er, doch, ich sehe das an den Händen. Weil die macht nicht so wie die Kinder, sondern die hat die Fessel hochgestellt so und spielte so. Sag ich, nee, die hat noch nie gespielt. Sag ich, oh, ist aber was. Und Ihre Oma hat Klavier gespielt. Und er meinte noch, der Verkäufer meinte, da hat sie sich aber was Gutes ausgesucht. Ich war 5000 D-Mark bloß am Bedienbesuch. Und sie hat dann gespielt. Man musste sie nicht zum Üben irgendwie antreiben. Sie hat sich selber hingesetzt und gespielt, weil die Oma so gerne Klavier gespielt hat. So, jetzt sagt man, also jetzt sagt man, dass kleine Kinder, die sich erinnern können, es können sich ja nicht alle erinnern, aber die sich... Aber das ist keine Hexerei. Die sich erinnern können. Ich habe in Berlin in der Gesamtschule Reinkarnations-, also Intuitionsschulung gegeben für 26 Schüler. Die konnten sich an ihre Zeugung erinnern. Oh, da ist die Mutter rot geworden. Ja, ob mir das recht ist, weiß ich auch nicht. Ob mir das recht ist, dass meine Kinder sich an die Zeugung... Aber kommen wir noch mal zurück zur Reinkarnation, Herr Kubi. Von kleinen Kindern wird ja gesagt, dass sie sich im Alter von zwei bis drei Jahren oder sowas, wenn sie gerade anfangen zu sprechen, bis vier, fünf oder so, da können sie sich wirklich an Sachen erinnern, die im vorherigen Leben passiert sind und diese Erinnerung erlischt dann. Und dann frage ich mich natürlich, also woran liegt das erstmal? Dass ich zu den Kindern nicht aufmerksam zuhöre, sondern sage, mein Kind ist fantasiebegabt. Und dann streiche ich so über den Kopf und sage, ja, ja, nette Geschichte. Dabei sagen Kinder manchmal den Satz, Mama, als ich groß war, da haben wir das und das gemacht. Und die Mama sagt, ja, aber du bist klein. Und diese ganzen Mechanismen, aber ich schätze mal so, mit acht Jahren ist man in diesem Leben angekommen. Also richtig drin, dass man eigentlich nichts mehr vom Vorleben irgendwie spürt und macht und tut, sondern das gehört jetzt alles zu dieser Inkarnation in dieser Form. und aber das ist ja nicht weg. Die Seele vergisst ja nichts. Das ist ja wirklich nur ein Hauch von Vorhang, den ich da wegziehe. Das ist keine Betonmauer. Das geht so einfach. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben. Haben wir es da? Nein. Nein. Aber da draußen haben wir es. Das heißt gelebte Reinkarnation und ich glaube, das gibt es da draußen am Stand. Bestimmt. Können wir auch signieren. Bestimmt. Direkt im Anschluss an dieses Gespräch. Da erkläre ich einfach, und das mache ich morgen im Workshop auch, man kann diese Mechanismen, wie ich an dieses Wissen herankomme, die könnten wir jedem Schüler in der Schule lehren. Es ist überhaupt keine Mystik. Wie funktioniert es? Indem ich anfange, ja, machen wir jetzt nicht Workshop. Nein, nein, aber es ist einfach mal eine Idee. Wie kriegen Sie das hin? Sie sagen, Sie reden von einem dünnen Vorhang, den man da aufreißen muss. Also zum Beispiel ganz, eine sehr einfache Frage ist doch, und den Unterschied spüren wahrscheinlich die meisten, bist du mehr Papa-Kind oder mehr Mama-Kind? Können wir mal fragen, wer ist Mama-Kind? Und wer ist Papa-Kind? Na, das hält sich fast die Waage. Das hält sich fast die Waage. Ja, es gibt ja auch nur Mama und Papa. Muss das. Nein. Nein, nein. Ich habe, in meinen Seminaren habe ich Menschen kennengelernt, die sagen, nee, ich habe mit beiden nichts zu tun. Sag ich, warum bist du da inkarniert? Sag ich, wo ist deine größte Affinität? Zu wem hast du dich am stärksten hingezogen gefühlt? Und dann kommt es sofort zu meiner Oma. Aha. Sag ich, wie alt war deine Oma bei deinem Zeugungstag? Oh, da muss ich rechnen. Rechne mal. Ja, da war die, da war die schon 56. Ach so. Dann konnte die gar keine Kinder mehr kriegen. Nee, sah nicht so aus. Ach, hast du das schon mal an deine Mutter geschrieben, dass es ihre Tochter ist und du den Umweg über sie zu deiner Oma gemacht hast? Da fühlte ich mich immer am wohlsten bei der Oma. Daheim mit meiner Mutter konnte ich nichts anfangen. Sag ich, was? Das war deine Gebärmaschine. Ja, da kannst du dich erst mal bedanken. Wenn du dich bei deiner Mutter bedankt hast und ihr das auch ins Bewusstsein bringst, dass du sie eigentlich nur, in Anführungszeichen, benutzt hast, um jetzt hier in dieser Form hier da zu sein, dann verändert sich euer Verhältnis total. Weil vorher hattet ihr wahrscheinlich immer irgendwie kein harmonisches Verhältnis. Aber wenn das geklärt ist, was deine wirkliche Affinität war, dass es dich zu deiner Oma gezogen hat und da warst du glücklich, dann ist doch völlig klar. Dann hast du die Mama benutzt und manche benutzen nur ihren Vater als, weiß ich, Samenspender oder irgendwas. Aber nicht wirklich als die Vaterfigur. Die liegt woanders. Und wenn man sich das bewusst macht, mit wem man ein Verhältnis im Vorleben hatte, dann ändert sich das ganze Leben. Reden wir doch mal davon, wo die Menschen reinkarnieren. Sie sagten, man sucht sich das selbst aus? Nein. Man sucht, nein, eigentlich ist ja so, derjenige, der abtritt, sucht sich aus, wo er im nächsten Leben wiedergeboren wird. Das heißt, die Eltern, die das wiedergeborene Kind zeugen, haben eigentlich gar keinen Einfluss darauf. Also hier in unserer Region, also in unserer Bewusstseinslage, wir inkarnieren meistens da, wo wir es kennen. Also man ist dann wieder bei seiner wuckeligen Verwandtschaft. Also insofern deckt sich da ziemlich oft die Abstammung, also die biologische Linie und die geistige Abstammung decken sich dann oft. Wo der Bauer nicht kennt, inkarniert er nicht. Ja. Wenn man das im Bewusstsein hat und beim nächsten Mal nicht so einfach nur seinen unerfüllten Sehnsüchten folgt oder nur weil man die Leute schon kennt, dann da wieder inkarniert und keiner geht da so ein Risiko ein und inkarniert irgendwo, wo er überhaupt keinen Bezug hat. Wie gesagt, da braucht es die Absicht, da braucht es diese ganze Energie, die mich da hinzieht. Die kann ich mir bewusst machen. Und dann erst kann ich sagen, ja für meine nächste Lebensaufgabe, da wäre es ja am besten, wenn ich mal Musiker werden will, dass ich auch wo inkarniere, wo schon Klavier steht. Wäre doch eine Idee. Schwartkosten, durchaus. Also das wird dann immer bewusster und ich denke mir, wenn ich mir anschaue, was hier geredet wird auf dem Podium und wie die Bücher da kommen und das Bewusstsein sich jetzt sehr stark entwickelt. In Tibet, wo ich sechsmal war für meine Filme, da ist seit 1300 Jahren Reinkarnation, absolutes Volksbewusstsein. Jeder macht sich da Gedanken und weiß auch, wer seine Kinder im Vorleben waren und wäre selbst war und so weiter. Das ist Alltagsdenken. Aber ich glaube, bei uns braucht es noch mal 30 Jahre. Das ist optimistisch. Oder länger. Aber dann haben wir das auch. Und dann ändert sich viel. Weil dann, das ist ja in Tibet auch so, wenn ich dann, weiß ich, bei irgendeiner Firma mich werbe, dann fragen die natürlich, haben Sie bei uns schon im Vorleben gearbeitet? Und wenn nicht, dann nimmt man lieber den anderen, der schon mal da war, weil die fügen sich einfach besser ein. Das ist deren Bezug. Und auf diese Weise ändert sich unser Leben sehr stark, wenn ich anfange, wirklich mich als Kontinuum zu begreifen. Aber solange ich Materialist bin, kann ich nur dieses Leben sehen, weil ich identifiziere dieses Leben mit dem Fleisch, mit den Knochen. inkarnieren heißt doch, ich komme wieder ins Fleisch. Und reinkarnieren, ich komme noch einmal. Und da sehen Sie, wie kompliziert das alles wird, wenn man seine Vorleben auch noch mit einbezieht, bei der Wahl des Arbeitsplatzes zum Beispiel. Überlegen Sie mal, das stellt jetzt an Gewerkschaften völlig neue Herausforderungen. Allerdings. Ja? Ja. Und wie ist das eigentlich so mit dem, man wird je nach steigender Betriebszugehörigkeit bezahlt. Jetzt überlegen Sie mal, überlegen Sie mal, wo das hinführt. Das wird großartig. Das wird ganz großartig. Aber jetzt ganz im Ernst. Aber ganz im Ernst, also wenn man reinkarniert, wenn ich jetzt, also Sie sind jetzt die Inkarnation, wir nennen sie jetzt im Moment Clemens Kubi, aber das kann sich durchaus wieder ändern und das war auch mal anders, aber Ihre vorherige Existenz oder Ihre vorherige Fleischrepräsentation, wie nennt man es? Er heißt Fleischer, also ist alles klar. Er ist für Inkarnung zuständig. Genau. Die ist, die Basierte ja dann auch oder deren Charakter ist ja auch irgendwie geprägt durch die Inkarnationen, die noch davor stattgefunden haben. Das heißt, Sie sind sozusagen eigentlich jetzt die Summe ihrer 150 Millionen, ich weiß nicht, wie oft, wissen Sie, wie oft Sie schon inkarnieren? Ohne Anfang. Jeder von uns hat schon die ganze Evolution in sich. Jeder war schon mal ein Wassertropfen, jeder war schon mal, weiß ich, ein Blatt, ein Baum, ein Tier. Es ist alles da. Und wenn wir von alter Seele reden, dann können wir nicht über eine Seele reden, die kein Anfang und kein Ende hat, sondern können wir höchstens sagen, das ist jemand, der schon oft Mensch war. Und ist das bedeutet, dass das ja besonders weise ist, wenn er eine alte Seele ist? Ich frage Sie das, weil im Buddhismus wird ja gesagt, der hat das in diesem Leben noch nicht kapiert, der muss noch mal reinkarnieren, der hat das, der muss das im nächsten Leben noch mal lernen. Also ist es eigentlich eine gute Sache, wenn man so oft reinkarnieren muss? Also die Astrid Kubi, meine Extra, die war ja, oder ist Tanzlehrerin, und die kam nach Hause und sagte, du, ich habe da ein paar, die kapieren das nicht. Die haben jetzt schon die fünfte Stunde und die tanzen wie Schafe. Sag ich, du, vielleicht waren die im letzten Leben Schafe. Dann sagte sie, ja, dafür tanzen die richtig gut. Und dann war das Problem gelöst. Versuch's beim nächsten Mal mit Mäh. Ja, man kann ja so ein Spiel machen und mal sich seine Lieben anschauen, welche Tiere waren die im Vorleben? Vor Vorleben. Ja. Erzählen Sie mal von Ihrem Vorleben. Waren Sie auch schon mal ein Schaf? Nee, ich war schon mal ein Vogel, ein Adler. Also so ein, so ein, so ein. Also Sie sagen ja, eine Rückführung ist eigentlich gar nicht nötig, ne? Die Leute, die Leute können in ihren Seminaren. Das ist ja auch unsinnig. Also Neugierde ist ein schlechtes Motiv, um seine Vorleben wissen zu wollen. Was ist denn ein gutes Motiv dann, wenn nicht Neugierde? Heilung. Heilung ist ein gutes Motiv. Also ich muss erst krank sein eigentlich, bevor ich anfangen kann, mich zu interessieren für meine... Nein, aber viele haben ja wirklich ein Problem, was sie gar nicht in diesem Leben erschaffen haben, wo die Ursache davor liegt. Kommen ja auch manche mit einer Behinderung auf die Welt oder haben irgendein anderes Problem, mit dem sie starben. Da muss die Ursache im Vorleben liegen. Außer in der Schwangerschaft wäre irgendwas Katastrophales passiert. Aber selbst das kann man recherchieren und dann merkt man, aha, es ist im Vorleben. Und es dauert nur eine Nacht, um mir das bewusst zu machen, was ich da erlebt haben muss, damit ich jetzt so aussehe. Okay, aber wie viele Reinkarnationen oder wie viele Inkarnationen haben Sie denn schon hinter sich jetzt? Keine Ahnung, aber viele. Ich meine, wenn Sie sagen, das hat alles gar keinen Anfang und gar kein Ende, dann kollidiert es auch so ein bisschen mit dem linearen Zeitbegriff. Ja, total. Das ist ja das Schwierigste. Für Materialisten, sich etwas vorzustellen, was ohne Anfang und ohne Ende war, schwierig. Da hat ja auch Stephen Hawking seine Probleme mit. Und da wir immer wünschen, es gibt, als Materialist wünschen wir uns immer einen Anfang. Deswegen haben wir ja diese komische Urknalltheorie, die ja auch, die durch nichts bewiesen ist. Und, aber wir kriegen dadurch einen Anfang. Und da gibt es ja die schöne Geschichte, wo Stephen Hawking von Papst eingeladen wird in Rom, wo eine Konferenz stattfindet, ob Religion und Wissenschaft noch zusammenpassen. Und Stephen Hawking rollt da rein, der Heilige Vater steht in der Tür und begrüßt ihn. Er ist ja sehr, war ja sehr stark befreundet mit ihm, denn seine Frau macht in Cambridge alle katholischen Veranstaltungen und er sagte, Steve, es ist so schön, dass du hier an unserer Konferenz teilnimmst und du bist hier vollkommen frei. Du kannst über alles reden, was du möchtest. Nur eins bitte nicht. Sprich nicht darüber, was vor dem Urknall war. Und dann hat es, am nächsten Tag kam Stephen Hawking mit seinem Referat dran und sagte, Heiliger Vater, Sie haben meinen vollen Respekt und ich muss Ihnen aber leider, leider, leider als Mathematiker sagen, es gibt keinen Schöpfer. Da war die Freundschaft zu Ende. Da war die Freundschaft zu Ende, weil man das eben ausrechnen kann. Man kann sehen, dass es im Kosmos keinen Anfang gibt, sondern das sind Prozesse, die, wir haben keinen Anfang, aber für einen Materialist sich vorzustellen, du hast keinen Anfang und du wirst auch kein Ende haben, weil die Erfahrungen gehen immer weiter. Wir brauchen ja unbedingt Bewusstseinserweiterung. Wir haben ja ein so miserables Bewusstsein, dass wir nicht mal mit der Natur richtig umgehen können, obwohl wir alle Naturmenschen sind. Aber wir sägen uns sozusagen den Ast ab, auf dem wir sitzen. So blöd ist kein Tier. Also deswegen finde ich solche Kongresse wichtig, weil diese Kongresse schaffen Bewusstsein, unseren Fernsehsender auch. Und das ist das Dringendste, weil wenn jetzt die Menschheit kein Bewusstseinssprung macht, dann fahren wir den Planeten an die Wand. So schaut es aus. Und dann können wir hoffen, dass wir in der nächsten Inkarnation auf einem schönen anderen Planeten wiedergeboren werden. Wenn wir uns den verdient haben. Und da sind wir auch bei meiner nächsten Frage. Ich meine, es gibt ja nun eine, ich würde nicht sagen Bevölkerungsexplosion, aber doch eine deutliche Bevölkerungszunahme. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen auf dieser Welt. Jetzt können die ja nicht alle, ich weiß nicht wie viele jetzt im Moment sind. Die können ja nicht alle vorher auf der Erde gelebt haben und dann neu inkarniert sein. Hier, wenn sie mehr werden, wo kommen die denn dann her? Das ist ganz einfach. Das liegt daran, dass früher die Phase, die Bardo-Phase viel, viel länger war als jetzt. Erklären Sie mal das mit der Bardo-Phase. Das ist die Phase ohne Form. Also im Buddhismus nennt man die Phase, wenn man zwischen dem Sterben und dem Neugeboren werden, nennt man die Bardo. Nicht geboren, der Zeugung. Zeugung. Also ich habe mal, also in den Weden, und die sind ja vor, was, 12.000, 15.000 Jahren geschrieben worden, da steht ja noch drin, zwischen Tod und Wiedergeburt vergehen 250 Jahre. Aber was, damals waren das ja alles mehr oder weniger Jäger und Sammler. Wenn man damals 250 Jahre weggeblieben ist, waren die immer noch Jäger und Sammler. Also da hat sich nicht viel geändert. Aber jetzt haben wir diese Ereignisdichte, hat so enorm zugenommen. Also die Zeit, die Bardo-Phase ist immer kürzer geworden. Eben. Und zwar jetzt, das kann ja jeder nachvollziehen, vor zwei Jahrzehnten hat man einen Brief geschrieben, den in den Briefkasten geworfen, wusste man, jetzt warte ich halt ein, zwei, drei Wochen und dann kriege ich eine Antwort. Wenn ich jetzt eine Mail wegschicke und ich habe nicht in drei Stunden eine Antwort, dann sage ich, Moment mal, da ist was kaputt. Das heißt, die Phase, die Bardo-Phase wird jetzt immer kürzer. Das heißt, immer mehr Seelen sind gleichzeitig in der Form. Und das liegt aber nur an der Ereignisdichte, die wir uns durch unsere gesellschaftliche Entwicklung verschaffen. Ist es nicht das höchste Ziel des Buddhisten, dass er gar nicht mehr inkarnieren muss, sondern sich in dieser Bardo-Phase einfach rein geistig, spirituell weiterentwickeln kann, ohne den ganzen dreidimensionalen Zirkus hier mitmachen zu müssen? Eben, um den Zirkus geht es aber, weil wenn ich, man stellt sich ja sozusagen die geistige Phase ohne den Körper als eine Einheit vor. Erst wenn ich in die Materie eintauche, bin ich in der Polarität. Also ich kriege kein Hoch ohne Tief, ich kriege kein Hell ohne Dunkel, ich kriege kein Ying ohne Yang, also immer in dieser Polarität, das macht sozusagen die materielle Phase aus. Das heißt, ich muss, ich habe hier die Aufgabe, Erfahrungen zu machen und Erfahrungen mache ich ja nur durch Entscheidungen. Das heißt, ich muss mich immer entscheiden, hoch, tief, hell, dunkel, Mann, Frau und so weiter. Ich habe immer in dieser Polarität und nur durch diese Erfahrungen entwickelt sich ja Bewusstsein. Ohne Erfahrung entsteht überhaupt kein Bewusstsein. Null. Und deswegen habe ich auch ein Werkzeug entwickelt für Bewusstseinserweiterung, weil das ist das Dringendste. Und wie entwickelt sich dann Bewusstsein, indem ich mir einen Spiegel vorhalte. Niemand würde wissen, wie er aussieht, wenn es für die Menschheit nicht das Wasser gegeben hätte, in dem man sich spiegeln kann. Und jetzt haben wir alle Spiegel. Wir hätten überhaupt kein Bewusstsein darüber, wie wir aussehen. Deswegen hat immer Heilung damit zu tun, ich muss reflektieren, was drückt mir das Symptom aus? Was lerne ich daraus? Und das geht nur durch Reflexion. Deswegen habe ich ja dieses Seelenschreiben entwickelt, weil dadurch schreibt die Seele, und wenn ich das nachher wieder lese, dann sage ich, was? Das habe ich geschrieben? Sag ich, das hast du nachgeschrieben? Und dann sagt man sich, ich habe gedacht, ja, hier steht aber nein. Sag ich, wie kommt denn das? Weil du kommst ganz schnell in diesen Flow hinein, dass du nicht mehr schreibst, sondern es schreibt. und in dem Moment, wo es es schreibt, kommst du an tiefere Erkenntnisse, die deine Seele ja immer hat. Warum brauche ich diese Krankheit? Warum habe ich diesen Partner? Warum klappt das mit den Kindern nicht? Warum ist dies und jenes? Wir sind ja umgeben von Problemen. Und wenn ich diese Probleme mit meiner Ratio nicht lösen kann oder durch irgendwelche Fachwissen, dann muss ich eben mal die andere Hälfte des Gehirns benutzen, die wir ja auch alle haben. Das heißt, wir haben nicht nur die Ratio, sondern wir haben auch die Intuition. Und die Intuition, die ist an deine eigene Weisheit, die ist quasi mit dem Universum verbunden. Da kommst du an deine eigene Weisheit. Aber die Intuition, die ist außerhalb von Raum und Zeit. Die ist nicht an diese Schiene gebunden, an diese Zeitschiene. Und dadurch, wenn wir lernen, in die Intuition zu kommen, und für mich ist im Grunde Seele und Intuition dasselbe. Also man könnte vielleicht sagen, die Seele ist die personalisierte Intuition. Da gibt es ja noch das Wort Über-Ich und so weiter. Ja, alles geschenkt. Aber wir müssen lernen, mit dieser Weisheit, die in jedem drin ist, haben wir ja auch, hören wir ja auch hier auf der Bühne öfters, dass wir damit lernen zu arbeiten. Und da bin ich nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Und das macht es dann so leicht, mich in ein Vorleben zu versetzen oder dahin oder auch sogar in die Zukunft zu versetzen und genau aufzuschreiben, wie ich in meinem nächsten Leben, was ich da zu tun habe, komme ich da mit einer weißen Haut, komme ich als Mann oder Frau und so weiter. Das ist genau das, was ich bei Kamapa gelernt habe. Der macht das ja schon perfekt. Aber gut, wir können es auch lernen. Jetzt möchte ich Ihnen zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal eine philosophische Frage stellen. Sie hatten vorhin was sehr Interessantes gesagt. Sie hatten gesagt, wenn wir berücksichtigen würden in unserer Gesellschaft, dass es Reinkarnationen gibt, dann würden die Schulen ganz anders aussehen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wie soll das aussehen? Da verhagelt jemand seine Klausur in Chemie und dann sagt er, ja, sehen Sie, das Periodensystem der Elemente, das gab es noch nicht in meiner letzten Reinkarnation. Gute Idee. Das ist jetzt, aber anders gefragt, wie würde denn das jetzt, wenn man es nicht nur in der Schule berücksichtigen würde, sondern wenn man es gesellschaftlich berücksichtigen würde, dass es sowas gibt, wie würde denn so eine Gesellschaft aussehen? Also, oder noch anders gefragt, ich meine, dort, wo Sie die Filme gemacht haben, da ist ja Reinkarnation im Alltag verankert. Wie haben die das eigentlich in ihrer Gesellschaft berücksichtigt? Wie würde das, also wie würde man das gesellschaftlich, politisch, nicht politisch, aber, gesetzlich und überhaupt? Die haben auch Schwierigkeiten, weil, wenn man zum Beispiel in Tibet nachweisen kann, wer man im Vorleben war, dann kriegt man vom Staat, von der Behörde, einen Stempel und der ist dann im Büro vom Dalai Lama, früher wurde der gegeben, seitdem die Chinesen Tibet besetzt haben, ist das alles ganz anders geworden. Aber, wenn ich beweisen kann, ich war der in dem Vorleben, dann gehe ich da hin und kriege alles wieder das, was ich schon mal besessen habe. Also man geht zu fremden Leuten als kleines Kind hin und sagt, dein Haus, meins. Da kann man dokumentieren, ja, und dann wird man ja auch erkannt, ach, du warst das hier im Vorleben, du hast hier diesen Bauernhof gelandet und hier war dein Zuhause, der wird auf jeden Fall willkommen geheißen, weil man dadurch ja die Kontinuität, das verändert, das gesellschaftliche Geben, tun. Aber es gibt natürlich die dunkle Seite davon auch und das war ja auch schon so, von den 14 Dalai Lama sind ja sechs im Kindesalter umgebracht worden, weil der Interimsregent die Macht nicht mehr abgeben wollte und dachte, ich kille ihn lieber, bevor er mir wieder die Macht nimmt. Und, also, die Herzensentwicklung bleibt die gleiche. Also, ich muss mich, ich muss mich als liebevoller, harmonischer Mensch entwickeln. Aber es fällt mir leichter in diese Entwicklung, oder schneller diese Entwicklung zu machen, wenn ich mich im Kontinuum sehe. Weil ich schon sehe, im letzten Leben war ich tatsächlich ein wüschter, gewalttätiger, weiß ich, Soldat oder so weiter. Oder wir müssen uns ja nur anschauen, vom Zweiten Weltkrieg sind 53 Millionen Menschen nicht eines natürlichen Todes gestorben. Und die Seelen sind ja alle wieder inkarniert. Ich kann mir doch vorstellen, warum wir Probleme haben. Und also müsste man doch hergehen und nicht irgendwie Ausschwitz als Denkmal machen, sondern mit den Leuten reden, die da gearbeitet und gestorben sind. Und dann würde sich was ändern, weil die könnten das sozusagen aus erster Hand erzählen. Das sieht jetzt ganz anders aus. Also da haben Sie noch ganz schön viel Arbeit vor sich in diesem und in den zukünftigen Inkarnationen. Und dem nächsten. Herr Kubil, ich wünsche mir, ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg dabei, was Sie da machen. Auch schauen Sie sich den Film an, Looking for a Sign und es gibt auch ein Buch dazu. Sind Sie, gehen Sie auch zur Büchersignierung am Welt im Wandelstand, jetzt mit Clemens Kubil, direkt im Anschluss an dieses Gespräch, soweit ich weiß. Und ja, und ich wünsche Ihnen wirklich viel Erfolg dabei, was Sie hier machen und ich wünsche mir, dass wir beide im nächsten Leben hier nochmal sitzen und Revue passieren lassen, ob wir es gut gemacht haben. Komm her, komm her. Okay. Okay, okay, okay. .